In diesem Video erhältst du die Top 7 Aktien, die du aufgrund der aktuellen Situation kaufen sollst und die in Zukunft extreme Gewinne erzielen werden. Zu diesem Zweck nehme ich dich jetzt mit auf meinem Bildschirm. Nummer 1 der Top-Unternehmen, die aufgrund der aktuellen Situation ganz stark profitieren, ist das Unternehmen Delivery Hero aus Berlin. Delivery Hero ist eine Plattform, die weltweit dafür sorgt, dass du einen vollen Bauch bekommst und dir Essen nach Hause liefert. Delivery Hero ist dabei nicht der Hersteller des Essens, sondern ist eine Plattform, die verschiedenen Unternehmen die Möglichkeit gibt, das eigene Angebot in die Masse nach außen zu tragen. Und wie bei vielen anderen Unternehmen, die Plattformen anbieten, beispielsweise Facebook, Amazon, Google oder Ebay, weißt du, dass diese Plattformen oftmals besser performen als die einzelne Aktie, die hier nur kleinere selektive Angebote macht. Und du siehst die Entwicklung hier auch im Aktienkurs. Das Unternehmen war vor einem Jahr bei etwa 40 Euro gestanden und konnte sich seither mehr als verdoppeln. Eine wahnsinnige Leistung und wir sind hier gerade erst am Anfang. Das kommt auch der nächsten Aktie zugute. Der nächsten Plattformaktie, Amazon. Das Unternehmen Amazon konnte in der Krise extreme Marktanteile gewinnen. In den USA alleine wurden zuletzt über 100.000 Mitarbeiter gesucht. Die Aktie konnte sich von 1.670 Euro auf zuletzt über 2.450 Euro entwickeln. Dabei versucht Amazon immer mehr und mehr in Geschäftsfelder vorzudringen, wo andere bereits Fuß gefasst haben. Heute bittet Amazon mit seinem Amazon Prime die Möglichkeit an, Video zu streamen, Musik zu streamen. Vor allen Dingen aber auch ist Amazon stark darin, die Deutsche Post, FedEx und andere Dienstleistungsunternehmen zu verdrängen. Amazon ist mittlerweile ein logistisch extrem stark aufgestelltes Unternehmen und kann in vielen Orten weltweit eine One-Day-Delivery hochhalten. Das bedeutet, du bestellst heute deinen Artikel und hast teilweise bis zu 24 Stunden später dein Produkt, deinen Artikel von der Amazon-Plattform zu dir nach Hause geliefert. Das sind super Leistungen und hat natürlich auch eins vorneweg bedeutet, nämlich große Anstrengungen in das Verteilernetzwerk. Also Amazon ist heute ein großes Logistikunternehmen mit gleichzeitiger Marktplatztechnologie und, und das darf nicht vergessen werden, mit seinen Cloud-Services auch ein tolles Unternehmen, das der Digitalisierung voll einzahlt. Und das bringt mich auch zur nächsten Plattform-Aktie, nämlich Facebook. Facebook konnte sich von 160 Euro auf jetzt zuletzt fast 200 Euro entwickeln. Große Schwankungen musste die Aktie erleiden und auch aktuell hat die Aktie zuletzt fast knapp 10% verloren. Warum? Das Unternehmen hat immer und immer wieder Datenskandale. Manchmal dringen Daten aus der Plattform nach außen oder es wird dem Unternehmen vorgeworfen, dass größere Institute oder aber auch politische Interessen auf dieser Plattform verfolgt werden. Und das will natürlich keiner der User haben. Zuletzt hatten auch einige Unternehmen Werbeaccounts geschlossen, sogar größere Unternehmen. Und das hat die Aktie um fast 10% einbrechen lassen. Ich bin mir jedoch sicher, dass Mark Zuckerberg das mit Argus-Augen beobachtet und Antworten auf diese Kritik findet. Er wird weiterhin seine Expansion nach vorne treiben und Dinge, die heute noch zu keinerlei Einnahmen führen, zum Beispiel die Plattform WhatsApp, die ja für Milliarden gekauft wurde, die heute noch kein Geld eingebracht hat, heute dennoch aber schon weit, weit mehr Geld wert ist, die wird jetzt zunehmend dazu führen, dass das Unternehmen Facebook mehr und mehr Geld erwirtschaftet. Also eine tolle Aktie. Und wenn es hier weitere Rücksetzer gibt, kann es durchaus sinnvoll sein, hier einzusteigen. Das bringt mich auch zur nächsten Aktie. Walt Disney. Dazu muss ich eigentlich nicht viel sagen. Vielen ist es bekannt aus der Jugend mit den Filmen wie König der Löwen, Ariel und andere Dinge. Jetzt zuletzt ja auch die Eiskönigin, aber auch Star Wars gehört zu dem Unternehmen. Das Unternehmen verdient nicht nur Geld, indem es diese Blockbuster macht, sondern vor allen Dingen durch die Merchandising-Artikel, die dahinter stecken. Also bei der Eisprinzessin gibt es ja diese Blubberblasen, die man durch diese Röhrchen durchpusten kann und auch andere Merchandising-Artikel. Ich kenne mich jetzt nicht im Detail aus. Die kosten alle Geld und spüren Walt Disney Monat für Monat Geld in die Kasse. Zuletzt, und das war ein wirklicher Absturz der Aktie, durch Corona musste die Aktie um über 30% an Federn lassen, fast 40%. Warum? Die Themenparks Walt Disney sind geschlossen worden, größere Menschenansammlungen sind natürlich verboten. Trotz alledem konnte sich die Aktie einigermaßen wieder nach oben kämpfen und das hat einen Grund. Denn Walt Disney geht jetzt einen eigenen Fernseh-Streaming-Kanal an. Also der Walt Disney Channel, der bezahlpflichtig tolle Filme anbietet, ist an den Start gegangen und erobert die Sofas und die Wohnzimmer dieser Welt. Also viele Kunden sind bei diesem initialen ersten günstigen Angebot aufgestiegen auf den Zug. Und das ist auch ein wirklich schlauer Schachzug von Walt Disney gewesen. Warum? Viele Blockbuster, die bisher bei Streaming-Anbietern wie zum Beispiel Amazon oder Netflix zur Verfügung gestanden sind, sind heute da nicht mehr zu finden und werden auch nie wieder dort zu finden sein, sondern sind dann jetzt exklusiv bei Walt Disney auf dem Streaming-Channel verfügbar. Bedeutet, wer das sehen möchte, muss zu Walt Disney. Also ein schlauer Schachzug und ich denke, die Aktie wird sich langfristig wieder toll entwickeln. Auch das nächste Unternehmen schickt sich ja an, seit Jahrzehnten unglaubliche Umsätze und Gewinne zu erzielen. Ich spreche von der Microsoft-Aktie, die von 120 auf 180 Euro steigen konnte, trotz großer Rückschläge bei Corona. Und der aktuelle CEO, Nadella, hat vor allen Dingen die Art und Weise, wie die Dienstleistungen von Microsoft bezahlt werden, komplett überarbeitet. Und heute bietet Microsoft viel mehr Abos an. Früher konntest du ein Microsoft-Office-Paket kaufen für 200, 300, 400 Euro. Heute zahlst du nur noch 100 Euro, aber dafür jedes Jahr. Und nach ein paar Jahren hat sich diese Änderung des Geschäftsmodells hinsichtlich zu mehr Umsatz und mehr Gewinn absolut rentiert. Und von daher bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Microsoft eine Top-Aktie dieser Welt ist. Das bringt mich auch zum nächsten Unternehmen, nämlich das Unternehmen Mastercard. Mastercard ist ein Bezahldienstleister, Kreditkartenanbieter und konnte seinen Aktienkurs von 250 auf vor der Krise 320 Euro in etwa steigern. Und ist jetzt aber letztendlich mehr oder weniger wieder bei den Einstiegswerten von vor einem Jahr. Aber, und das ist das Bemerkenswerte, heute, und das kann man vor allem hier in Deutschland sehen, wirklich sehen, rücken die Menschen mehr und mehr vom Bargeld ab. Viele Leute werden quasi auch dazu gezwungen, digitale Zahlungsdienstleistungen, Bankkarten und andere Dinge zu nutzen. Und das spielt natürlich so ein Unternehmen wie Mastercard, aber auch Visa, American Express oder anderen Unternehmen stark in die Karten. Und das bringt mich jetzt zu den Top-Unternehmen, das ich euch bis zum Schluss aufgehoben habe. Ein deutscher Vertreter, nämlich die NTU Aero Engines aus der Nähe von München. Und das Unternehmen hat zuletzt den Einzug in den DAX geschafft, konnte seinen Aktienkurs von etwa 200 auf knapp 300 steigern und ist jetzt aber auf fast 100 abgestürzt. Also über 60, knapp 70 Prozent an Kurswert verloren. Was macht MTU eigentlich? MTU ist Hersteller von Triebwerken, die vor allen Dingen in Flugzeugen, Boeing oder Airbus verbaut werden. Sie warten aber auch diese Teile und verkaufen die Ersatzteile dafür. Und auch in Rüstungsunternehmen wie zum Beispiel Panzern, also in deutschen Panzern sind Motoren oder Motorteile oder Turbinenteile von MTU verbaut. Und wenn zumindest keine Turbinen oder Motorteile verkauft werden, aber sie werden weiterhin gewartet. Das Unternehmen wartet auf mit hohem Eigenkapital von über 30 Prozent und die Renditen, die auf dieses Eigenkapital erwirtschaftet werden, sind fantastisch. Umsätze konnten in den letzten Jahren stark gesteigert werden, genauso die Gewinne. Natürlich würde es jetzt im Jahr 2020 zu größeren Rückschlägen kommen. Aber, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten weit mehr Luftverkehr oder auch Transporte per Luft sehen werden. Und von daher glaube ich, ist dieses Unternehmen zu den aktuellen Preisen, die aufgerufen werden von etwa 150 Euro, mehr Möglichkeit, mehr Chance als Risiko. Und in diesem Sinne bin ich gespannt, welche Top-Aktien du aktuell in deinem Portfolio hast. Gerne schreibt die hier unten in die Kommentare rein und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!